viele grüße aus berlin an alle fans und freunde von fan one danke nochmal für die ganzen warmen coolen jacken und wir sehen uns wenn wir zurück sind weil wir fahren mit diesen alten vw bus von berlin nach peking und dank euch haben wir starke unterstützung uns warm zu halten aber auch ein paar giveaways die wir geben können dass menschen uns supporten weil wir starten dieses challenge ohne geld und ohne sprit und ich also mein sohn luke hier starten wir fahren heute von berlin nach peking vielen dank auch von meiner seite die police die sind richtig klasse